Hast du deinen Aufsatz fertig? Äh, ja. Mhm. Genau. Nachsitz. Was? Warum? Du hast nur die Hälfte von der Arbeit. Man musste 600 Wörter schreiben. Und du hast nur 300. Können wir kurz festhalten, dass der Lehrer 300 Wörter in drei Sekunden gelesen hat? Schnauze. Wieso sehe ich hier nur 300 Wörter, Alpay? Äh, vielleicht weil sie Augen haben? Oh, hat er nicht gesagt. Er nimmt sich einfach kein Blatt vor. Sag mir, wieso ich hier nur 300 Wörter lese. Wenn sie Lesen so sehr mögen, dann lesen sie es doch einfach zweimal, dann sind es 600. Oh. Oh, seine Intelligenz ist so sexy. Äh, hört zu, Klasse. Mit dieser Einstellung werdet ihr im Leben nichts erreichen. Da spricht wohl jemand aus Erfahrung. Oh, hat deine Mutter gesagt. Nicht aus Erfahrung, aber nur Leute, die stets fleißig sind und hart arbeiten, werden reich und erfolgreich. Was ist denn wieder? Warum sind sie es dann nicht geworden? Raus! Warum? Weil du meinen Unterricht stößt und die Klasse nervst. Dann können sie ja gleich mitkommen. Raus! Das ist schon gut. Oh, mein Löwe, mein Bär.